Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder was? Genau, rote Sofazeit. Ich habe Christian Publitz neben mir. Christian, grüß dich. Grüß dich Philipp Meisel und grüß dich vom roten Sofa. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch die alten Kinderserien der 80er kennt. Anyway, Philipp, wir sind nicht hier, um zu singen, sondern um über den VfB Stuttgart zu sprechen und da gibt es einige News, vor allem mit Blick auf den Transfermarkt. Richtig, da können wir gleich im Thema bleiben. Das ist auch alle Zeichen auf rot, sozusagen. Der VfB hat Schwierigkeiten, Zugänge zu realisieren. Da hat das Controlling einen großen roten Strich durch die Rechnung gemacht, weswegen der VfB aller Voraussicht nach in dieser Wintertransferphase keine Zugänge zu verzeichnen haben wird. Aber, Christian Missentat hat natürlich trotzdem ein bisschen gearbeitet. Man sieht ihn zwar nicht mehr ganz so häufig mit dem Telefon am Ohr wie sonst, aber er hat drei, vier Spieler auf eine Transferliste gesetzt und drei davon hat er losbekommen. Einen sogar dauerhaft, nämlich Ali G. Richtig, Christian? Richtig, Hamadi Al-Ghadoui ist nach Zypern gewechselt zum FC Paphos und ist dort also jetzt in ein bisschen wärmeren Gefilden unterwegs. Dazu wurde auch noch Philipp Klement verliehen an seine alte Heimat, den SC Paderborn, wo er übrigens am vergangenen Wochenende in der zweiten Liga auch direkt in der Startelf stand. Und dann hat es auch noch Momo Cissé nach Polen verschlagen zu Wissler-Krakau. Ich habe gerade gedacht, du hattest auch noch Momo Cissé erwischt, wolltest du sagen. Nein, aber ihn hat es Richtung Polen gezogen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, inwieweit er da großartig mitreden konnte. Eineinhalb Jahre läuft die Leihe zu Wissler-Krakau. Legendäres Vorstellungsvideo, oder? Ja, glaube ich nur noch getoppt von Thorsten Fink beim FC Rieger, also wer das noch nicht gesehen hat. Absolute Sehempfehlung von unserer Seite an der Stelle. Aber Philipp, zurück zum VfB. Wie ordnest du die Gemengelage ein? Transfers, also Leihgeschäfte, Abgaben, keine Zugänge. Viele Fans machen sich natürlich ein bisschen Sorgen, fragen sich, ist das überhaupt richtig so? Reicht das am Ende? Kann das nicht sein, dass man da möglicherweise, gelinnig gesagt, auf die Schnauze fällt? Wie ordnest du das alles ein? Als einen Ritt auf der Rasierklinge, so ehrlich muss man sein. Der VfB rechnet schon damit, dass eben diese internen Rückkehrer, Silas Katompa, Sascha Kalajcic zuallererst genannt, die Kohlen aus dem Feuer holen werden. Zudem wollte man den Kader, der ursprünglich dann 34 Spiele umfasst hat, halt doch ein bisschen verkleinern, um möglicherweise unzufriedene Bankdrücker zu vermeiden. Es stehen noch zwei weitere Spieler auf der Liste. Das ist einmal Erik Thommy, der darf gerne gehen, auch dauerhaft. Und dann ist es natürlich Marc Kempf, der seit Saisonbeginn mit Hertha BSC in Verbindung gebracht wird. Da spricht man auch die ganze Zeit. Nur da ist es mittlerweile so, dass der VfB halt schon ganz genau weiß, wenn er ihn abgibt, dann gibt er einen gestandenen Bundesliga-Profi ab, der ehemals Kapitän war, also eigentlich auch Führungsspielerie dazugehört. Und wenn man tatsächlich noch mit Hertha in dieser Winterpause zu Rande kommt, dann muss eine kleine zwar nur, aber es muss eine Ablöse fließen. Kempf hat Vertrag beim VfB Stuttgart noch bis zum 30. Juni 2022. So viel wird es dann nicht sein. Aber nur dann, und wirklich nur dann, kann noch ein kleines Fenster dafür aufgehen, dass man sich nochmal externe Verstärkungen ins Boot holt für die restlichen Wochen, Monate in dieser Bundesliga-Saison. Ich glaube, das Schlimmste, was da passieren könnte, ist, dass das Transferfenster Ende Januar schließt und eben irgendeine Verletzung Anfang Februar dann plötzlich eintrifft. Und das hofft natürlich niemand. Aber wie du gerade gesagt hast, es ist wirklich ein kleines Verbonk-Spiel, das der VfB da vollführen muss und wo man eben hoffen muss, dass das alles am Ende gut ausgeht aus Sicht des VfB Stuttgart. Und viele Fans hoffen auch, dass das nächste Spiel gut ausgeht für den VfB Stuttgart. Und das ist kein geringeres als das, nein, ich sage nicht das D-Wort, ich sage das andere D-Wort, Duell, das Landesduell. Der VfB Stuttgart gastiert ab Samstagnachmittag beim SC Freiburg, zuletzt in der jüngeren Vergangenheit sah es in der Bundesliga überhaupt nicht gut aus für den VfB. Aber auch der SC Freiburg ist nicht wirklich gut reingekommen in diese Rückrunde. Philipp, wie ist so dein Gefühl mit Blick auf dieses Auswärtsspiel? Also ich bin ja grundsätzlich optimistisch eingestellt und ich glaube, das sollte man auch sein, wenn man es mit dem VfB aktuell hält. Die Chancen sind da, es ist ein 50-50-Spiel, wenn du mich fragst. Die Freiburger haben zwar mit Flecken ihren Stammtourjüter zurück und mit Nico Schlotterberg ihren besten Abwehrspieler zurück für das Spiel jetzt am Wochenende. Aber die Karten werden immer neu gemischt. Du hast etwas, worauf du aufbauen kannst, auch wenn es wenig ist. Aber die Leistungssteigerung des VfB Stuttgart im Vergleich zum VfB gegen Leipzig, die war definitiv da. Wenn du das auf die Platte bringen kannst, hast du auch im Preisgau eine Chance. Auf die Platte bringen, man merkt, du kussst vielleicht auch ein bisschen Handball eben gerade, Philipp. Aber was ganz elementar ist bei diesen Freiburg-Spielen oder was sehr arg aufgefallen ist in diesen letzten Bundesliga-Duellen, ist, dass der VfB hier konsequent die Anfangsphase verschlafen hat und da die Spiele verloren hat, weil er in den ersten 10-15 Minuten Gegentore gefressen hat. Ich glaube, auch wenn wir das ein bisschen gebetsmühlenartig vor jedem Freiburg-Spiel ein bisschen wiederholen, das wird unglaublich wichtig, dass der VfB gut in diese Partie reinkommt. Du hast es gerade angesprochen, beim SC zwei wichtige Rückkehrer. Wie sieht es denn beim VfB-Personal aus? Auch da gibt es zumindest Stand jetzt, Mittwochvormittag, zwei wichtige Rückkehrer zu verzeichnen. Zum einen ist Silas nicht nur schon länger aus dem Corona-Protokoll wieder raus, aber er trainiert voll, ist mit einem breiten, strahlenden Lächeln auf dem Platz zu sehen. Der dürfte also auf jeden Fall im Kader stehen, sollte nichts mehr passieren am Wochenende. Und Borna Sosa, same, same. Der hatte zwar kein Corona-Protokoll zu durchlaufen, aber hatte eben Probleme muskulärer Natur, weswegen er gegen Leipzig ausfiel. Hat man auch gleich gemerkt. Der VfB Stuttgart hat normalerweise über ein Drittel mehr Eintritte in die gegnerische Hälfte über die linke Seite als über die rechte. Am Wochenende gegen Leipzig war es ausgeglichen, weil Borna Sosa eben gefehlt hat. Und die beiden wird man auf jeden Fall im Spieltagskader sehen. Bei Sosa rechne ich auch mit einer Startelf-Performance am Wochenende. Und dann muss es eben endlich mal jetzt funktionieren. Du hast die Ansätze ja gesehen, die sind da. Karlajic beispielsweise war in Fürth schon zu sehen, ohne Spielpraxis. Zwei, drei Riesendinger gehabt. Auch gegen Leipzig wieder zwei, drei richtig große Chancen gehabt. Natürlich mit einem deutlich besseren Torhüter im Tor. Peter Gulaski hat, glaube ich, Once-in-a-Season-Performance hingelegt. Muss man so sagen. Der hat alles gehalten, was auf sein Tor kam. Auch die Dinger, die er nicht halten muss. Und dennoch, es hilft nichts, daran ansetzen, daran aufbauen und dann versuchen, in Freiburg zumindest ungeschlagen zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Ziel, das der VfB Stuttgart haben muss für diese Auswärtsaufgabe, die jetzt auf ihn wartet. Auswärtsaufgabe, Chronistenpflicht auch noch hier an dieser Stelle. Der VfB wird zum ersten Mal im neuen Stadion spielen. Das SC Freiburg betritt also neues Terrain. Umso trauriger, dass es vor kaum Zuschauern stattfinden wird und eben schon gar nicht vor Gästefans. Das ist also eine neue Erfahrung für den VfB Stuttgart. Ein bekanntes Terrain betritt der VfB allerdings danach, nach dem Freiburg-Spiel. Denn dann geht es tatsächlich nochmal für ein kurzes Trainingslager nach Marbea. Wir haben ja, das haben wir in der vergangenen Woche schon angesprochen, Philipp, nach diesem Freiburg-Spiel eine Woche Pause, ein Wochenende, das spielfrei ist, weil da nochmal Länderspiele stattfinden. Also keine Bundesliga und diese Zeit nutzt der VfB, indem er nochmal nach Andalusien reist. Die spanische Sonne, ein gern gewähltes Ziel. Eine Winterpause gab es in dem Sinne nicht. Und jetzt hat man das nochmal einfach, die Chance beim Schopfe gepackt, möchte nochmal einen Reiz setzen. Ist auch die letzte Chance, wo du wirklich einen Reiz setzen kannst. Ganz konzentriert arbeiten, denn die Länderspielpause im März, die dann noch wartet, da dürfte es wahrscheinlich schon zu spät sein, sollte bis dahin die Situation des VfB weiterhin so schlecht sein, wie sie gerade ist. Man fliegt da runter, man kennt das Terrain, man ist im Marbea Football Center. Das ist eine große Anlage mit mehreren Plätzen, gute Infrastruktur, da kann man sauber arbeiten. Das Hotel kennt man, Günne Schäfer, der Teammanager, wird mit Sicherheit alles in seiner Macht stehende getan haben, um den Jungs da einen guten Aufenthalt zu bescheren. Und dann geht es eben darum, konzentriert arbeiten. Die ersten Tage sind auch unter Verschluss sozusagen. Also selbst wir Journalisten, die mitreisen werden, dürfen da nicht zuschauen. Da wird man also versuchen, noch das eine oder andere taktische Variantchen, Variantchen, Variant, ja irgendwas in dieser Richtung einzustudieren. Dann steht zum Abschluss am 28. ein Testspiel an gegen einen noch nicht genauer bekannten russischen Gegner. Und dann geht es zurück, haben wir nochmal eine Woche Pause hier in Stuttgart, beziehungsweise kein Spiel eben. Und dann kommt die nächste Heimspielaufgabe mit Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt und danach geht es nach Leverkusen. Das heißt auch nicht wirklich einfache Aufgaben für den VfB, aber tatsächlich möglicherweise nochmal die Gelegenheit, einen kleinen Reset erneut zu wagen, wenn das jetzt eben auch nicht funktionieren sollte in Freiburg. Und dann nochmal mit voller Power und mit neuem Elan in diese wichtige Rückrunde zu gehen. Denn du hast es angesprochen, die nächste Pause steht erst wieder im März an. Und da kann der Zug möglicherweise schon abgefahren sein, wenn es ganz, ganz blöd läuft. Das ist also das, was den VfB erwartet. Testspiel hast du schon angesprochen. Der Plan in groben Zügen steht auch schon. Und bei uns gibt es natürlich alles auch zu diesem Trainingslager zu lesen. In gewohnter Manier, ne? Genau, ihr kennt das von uns. Das heißt, wir sind mit zwei Redakteuren unten. Ihr bekommt einen täglichen Live-Blog rund ums Trainingslager mit stündlichen Updates quasi. Ihr werdet Bilder, Videos, sogar einen Podcast von da unten bekommen. Und zum Abschluss, zum Krönenden vielleicht, ein Live-Ticker vorm Spiel gegen diese russische Mannschaft, bevor es dann auch für uns wieder in den Flieger geht, Genheimat. Das gab es, glaube ich, oder das war es, glaube ich, zu sagen, was es zu sagen gab für diese Folge. Wie immer gilt, wenn ihr mehr wissen wollt noch rund um den VfB, noch tiefere Insights, dann gibt es nur eine Adresse, nämlich den Podkantstadt am Donnerstagabend, oder? Den Podkantstadt am Donnerstagabend in dieser Woche auch mit einer Gästin, Lisa Lang, die Teammanagerin des VfB Stuttgart, ist bei uns zu Gast und wird sich mit uns unterhalten über all das, was war, über all das, was kommt und über all das, was die VfB-Fans da draußen beschäftigt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne bewenden wir es dabei beim roten Sofa für diese Woche. Sehen uns in der nächsten Woche wieder und schicken euch die besten Grüße. Ob wir dann wieder singen werden, wird sich zeigen. Bis dahin. Amen.